Hallo zusammen, hinter dem heutigen Türchen verbirgt sich ein leckeres weihnachtliches Rezept, nämlich die leckere Zimtschokolade und ich zeige euch heute wie die geht. Dafür braucht ihr folgende Zutaten. Für vier Personen benötigt ihr 100 Gramm Zartbitterschokolade, zwei Esslöffel Wasser, 600 Milliliter Milch und einen Teelöffel Zimt und eine Zimtsstange zum Dekorieren. Die Zartbitterschokolade klein hacken und mit zwei Esslöffel Wasser in einer Schüssel erwärmen, bis die Schokolade geschmolzen ist. Nun gebt ihr ein Teelöffel Zimt und die vorher angewärmte Milch hinzu. Lasst das Ganze kurz aufkochen. Nun könnt ihr die Zimtschokolade in ein Glas füllen und mit einer Zimtsstange umrühren und dekorieren. Lecker, das ist genau das Richtige für die kalte Jahreszeit und ich hoffe, euch schmeckt das Getränk genauso gut und an dieser Stelle verabschiede ich mich und genieße weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!